Yo, Leute! Willkommen zu diesem Stream hier. Wir spielen heute Mario Sunshine in einer Now-Death-Challenge. Mit dabei ist der gute Bladdy. Was geht, Leute? Ich bin Bladdy, ich bin Bladdy, ich bin ein bisschen krank. Ja, ihm hat's erwischt. Ja, ich hab Coronavirus. Okay, nein, Spaß. Ich bin jemand anderes. Nicht, dass ihr euch wundert. Warte mal, die Regeln sind, wenn du einmal stirbst, musst du direkt resetten? Ja. Oh Mann, du wirst dich so abfacken. Junge, ich meine diese Drüse aus Mario Sunshine, warum kann die reden, Alter? Es ist so weird. Ja, ja, keine Ahnung, warum nicht? Mario kann nicht reden, aber einfach diese Drüse. Jetzt dort, siehst du diese Brücke, die so kaputt ist? Ja, warte, da war die, ja, hier. Jetzt musst du da oben hinkommen. Geh auf, siehst du diese Seide da im Wasser? Ja. Wenn du da drauf springst, dann kannst du da so Höhe ansammeln, dann kannst du da oben drauf kommen, weil da musst du den ersten Boss nicht machen, die erste Sunshine nicht holen. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie mach ich die? Ah, wie mach ich die Stamm-Attacke? Ne, ich springe und dann L. Das ist so aus dem Kopf beißt, das ist zu gut. Jetzt musst du da hoch, machst so ein, ein, äh, Ding jetzt da, ein Backflip an die Wand. Digga. Und dann musst du, musst du davon abspringen, dann gegen die Wand hochfliegen. Junge, was erwartest du eigentlich? Junge, was erwartest du? Wie ist der normale Weg? Scheiße auf den normalen Weg. Junge, aber diese Jump'n'Run Mission, ich habe die vollkommen vergessen. Nein, ich bin tot. Einfach direkt in der ersten, oh Mann, Bro. Einfach direkt in der ersten Jump'n'Run Mission, ich habe die voll vergessen. Du schaffst das, ich erkläre dir das jetzt, Warte, bleib stehen. Digga, ich muss von neu starten. Nein, 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 warum? Weil ich gestorben bin? Wegen einem Death? Junge. Du darfst nicht einmal sterben. No Death, no Death. Willst du mich verarschen, Bro? Das schaffst du nicht. Ich dachte, du darfst Game Over gehen. Nein. Ja, warte mal, die Regeln sind, wenn du einmal stirbst, musst du direkt resetten. Ja. Oh Mann, du wirst dich so abfacken. Ja. Okay, diesmal wird's geschafft. Genau, sei vorsichtig, geh nach vorne weiter. Nein, bist du runtergefallen? Willst du mich waschen? Nein, ich bin nicht runtergefallen, das war wieder super knapp. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Nein, was ist das denn? Wenn ich das hier schon sehen bekomme, ich schon Kopfschmerzen, Alter, nein. Renn einfach durch, renn einfach durch. Einfach durchrennen. Sei vorsichtig, sei vorsichtig. Immer zurückrennen, nach vorne, nach vorne, zurück, blablabla. Okay. Scheiße, ich bin nicht beim Beispiel konzentriert. Nein, ich bin noch im Leben, das war wieder super knapp. Ja, ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Hä, wie einfach ist das denn? Nein. Pass auf, der Wind. Ja, genau, der Wind ist ein Wichser. Nein. Oh, wie nervig. Wie nervig. Ah, da ist der Wichser. Jetzt einfach zu ihm rüberfliegen, oder wie? Nein, nein, auf keinen Fall rüberfliegen, du stirbst. Hä? Da ist auch kein Abgrund. Oh mein Gott, hättest du das nicht gesagt, ich wäre da rüber geflogen. Und jetzt kriegst du eins von den Dingstars. Genau, jetzt musst du den auf den draufschießen. Ego-Shooter. Hä, die platzen einfach. Du musst sie nicht ganz auf den Zaun, du musst über den Zaun schießen. Bruder, ich verreck wieder. Ich muss wieder Münzen sammeln, Alter. Sie zerplatzen alle Geder. Nein, zwei, zwei, zwei. Okay, warte. Ich raste hier gleich aus. Mann, ich scherb schon wieder, weil die ganze Zeit diese Wichser von hinten kommen. Ich mach hier... Junge, wie kann man das noch nicht machen, Junge? Ich öffne jetzt, dass den ganzen Schleim, der hier oben ist. Alter, das ist diese ganze Spitze. Nein. Digga, was tust du nur? Junge, die Fakten kriegt dich ab, Mann. Ich hab gar keinen Bock mehr. Gleich kommt der Unizep. Ah, geil. Ich hab's geschafft. Verreckt, bitte. Von wo, von wo, warte. Hast du das im Stream gesehen? Von wo wurde ich jetzt gefickt? Nein, Alter, als ob du gestorben bist, Mann. Von wo, warte, von wo aber wurde ich gefickt? Irgendwann kann ich Mario Sunshine Speedrun, weil ich das jetzt zum 50. Mal gleich spielen werde und dann die ersten Level so zack, zack. Schau aus. 30er seid echt stark für den Anfang noch. Oh, ich bin wieder tot. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ehrlich? Mann, weil diese Jobmanns auch super schwer sind. Ich hab keinen Bock, wieder Mutant Terranja zu machen. Dein Aussehen zerstört voll mein Bild deiner Stimme. Äh, danke, Bro. Was soll ich darauf sagen, Digga? Tut mir leid. The Roast of Ulti, Sean. Renn, renn, renn. Pass auf, Bruder, von rechts. Bruder, renn. Gib ihm. Von links, komm, Bruder, pass auf. Renn, Bruder, renn. Du, ich willst. Komm mal auf. Komm, spring. Wenn diese Spitze zu dir zeigt. Wenn diese Spitze zu dir zeigt. Pass auf, ja, nein. Oh. Jump, wenn diese Spitze nach vorne zeigt, dann jetzt rüber und spring. Sehr gut, Bruder, sehr schön. Sehr schön. Ich kann leider nicht so mitfiebern, weil meine Stimme ist nicht da. Links, links. Links. Nein, 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 falsch. Du bist nach rechts gegangen. Was für links? Bruder, Bruder, rennst du. Was für links? Ah, da. Okay, ich hab's. Ah, da, Bruder, ja, genau. Musst du ja nicht. Du kannst ja trotzdem. Junge. Alter, was? Wie kann denn sowas überhaupt passieren? Nein, 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 nein. Der kleine Sohn macht nie seinen Mund auf. Ja, Digga, ich warte hier die ganze Zeit. Jetzt. Er macht seinen Mund eine Sekunde auf. Der kleine Nuttensohn macht nie seinen Mund auf. Danke. Danke, Gott. Mach einen Wandsprung. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war super knapp. Stopp. Bist du dran? Nein. Ah, shit. Okay, da ist ein Trampolin. Wie asozial kann man sein, das Trampolin einfach aufzuche. Okay, auf das Trampolin, spring da hoch. Okay, ich hab's geschafft. Ja, genau. Sehr schön. Sehr gut. Pass auf, du musst da dran rennen. Ja, hoch. Ah. Runter. Scheiße, dann hört sich das voll wieder dran. Nein. Nein, bist du wütig. Das meinst du nicht ernst, Bruder. Das meinst du nicht ernst, Digga. Oh mein Gott, ich verreck. Oh mein Gott, ich verreck. Mach doch deinen Mund auf jetzt, Alter. Das fuckt so ab. Er macht nur seine Wirbelstürme. Ha. Ich dachte, ich verreck. Ich dachte, ich verreck. Oh mein Gott, wie geil sah das gerade aus, seid mal ehrlich. Mäusen, wie geht's im Ultimate best aus? Pizze dich diesen Namen, nennen. Der ist verboten. Ich muss das echt mal an die Streaming-Regeln schreiben. Ultimate best of ist ein verbotener, ist ein verbotenes Wort. Quatsch, so schlimm finde ich es auch nicht. Mir geht's eigentlich ziemlich gut. Mir geht's scheiße. Mir geht's richtig scheiße. Weißt du was eigentlich? So, warum kann man hier direkt die zweite Mission machen, aber sonst nicht? Ich hab kein Bock auf diese Jump'n'Runs immer. Das fickt nur mein Kopf. Ah. Ah. Nein, falscher Knopf. Hey, warum ist das Fernseh dir so risky? Die fickt mich. Ja, kriegst du drei Dings München vorbaut. Okay. Okay. Töt. Jetzt ist die weg, Mann. Wenn du wegkommst. Oh, du hast recht. Ich muss auf dich hören. Okay, gut. Oh mein Gott. Ne, du musst nach hinten durch. Ja, ich mach grad einfach safe und langsam. Junge, ich mach grad safe und langsam. Oh, das ist, das erste Jump'n'Run ist so, als wär's meine Westentasche. Warum? Jetzt sehe ich ja, weil ich es einfach in- und auswendig kenne mittlerweile. Oh. Okay. Oh mein Gott. Wär jetzt hier gestorben nach der Aussage. Ne, aber easy. Jetzt snipe ich in first try. Das ist dann so ein richtig geiles Zeichen. Oh. First try. Okay, das ist das Zeichen, Leute. Ich schaff dieses Jump'n'Run jetzt in diesem Try. Okay, Bruder. Jetzt geht's los. Nein. Da hinten ist die Shine. Nein. Leute, ich brauch' eure Energie. Vorsichtig sein, Bruder. Alle nochmal Y, Leute. Y in Chat. Y. Geh. Ah. Ne, jetzt mit Verzögerung, Digga. Ich kann dich nicht gut coachen grad. Ja. Ah. Ich glaub, hier ist auch nur meine Konzentration gefragt. Oh, ich geh' nochmal zurück. Ah. Du musst nur noch auf die rote Ecke. Warte, warte. Alter. Dein Ernst, Junge. Mann. Nein, Junge. Sean. Nein. Alter. Halt's auf, Junge. Bei der letzten Plattform. Bei der letzten. Mann, warum ist denn Mario Sunshine auch so ein dummes Spiel, dass man da nicht rüberspringen kann? Das war null weit. Junge, da konnte man rüberspringen, aber du bist einfach nur voll low gejumped. Wie low gejumped, ey? Du bist richtig low gejumped, Bruder. Oh. Diese Cutscene fuckt mich mittlerweile so ab. Jeder Thunberg ist sauer, weil du so viele Pflanzen tötest. Halt echt. Ich hab' diese Pflanzen jetzt schon achtmal umgebracht. Und dann nochmal immer, in dieser zweiten Mission. Sean Mixer. Dein Ernst! Dein Ernst, Bruder? Dein Ernst, Bruder? Dein Ernst? Warum? Bin ich da einfach dann abgeprallt, oder was? Alter, Bruder, Junge, warum machst du das? Oh mein Gott! Wie? Wie viele Tries noch, Bruder? Bis ich schaff' da kenn' ich keinen Erbarmen. Wenigstens die erste Welt. Dein Ernst war wahrscheinlich genauso viele Klicks, wie auf meinem... Was passiert? Digger. Er ist einfach stehen geblieben. Okay, Leute. Ich glaub' an der Stelle haben wir dann auch den Ragequid erreicht. Ich weiß nicht, wo Sean hingegangen ist. Ich glaub' er ist vom Stuhl gefallen, hat sich die Nase gebrochen. Ich ruf' ihm mal einen Krankenwagen. Oh! Unnötig, unnötig. Wie konnte das jetzt passieren? Ohne Witz, ich glaub' ich hab' mich zu sicher gefühlt. Oh! Nein! Was, nein? Ach so, Firebrow wirst du irgendwann ein Leben- und Tod-Video über Fortnite machen. Mach mal bitte, ich mach' Gastpart. Ich war der Hammer aufgeregt. Nein, weil ich keinen Bock hab' das nochmal zu machen alles. Ich chill' mein Leben. So, jetzt ist die Situation grad' ein bisschen scheiße, weil er zurückfährt. Ich warte einfach, okay? Oh mein Gott. Alter, das war knapp. Ich bin zu früh gesprungen. Junge. Alter, Junge. Nein! Nein! Ich werd's nie schaffen! Ich werd's nie schaffen! Alter! Ich renne da jetzt durch, ohne anzuhalten. Ja, okay. Hat gut geklappt. Oh nein, Alter, warum denn? Ich hab' keine Lust mehr auf dieses Jump'n'Run. Ich will einfach nur weiterkommen. Wir sind zweistellig! Geil! Okay, ganz vorsichtig, aber wir wollen nicht übereifrig werden. Ich kann das hier schon. Ja! Halt's Maul, du bist jetzt nicht da runtergefallen. Junge, Bro! Alter! Bro! No! Oh! 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 Ich werd' im nächsten Stream weitermachen mit Mario Sunshine, weil das lass' ich nicht auf mich sitzen! mit Compare Bis zum nächsten Mal.